Nichts will wie Blödsinn, alles will wie Blödsinn. Das ist das erste Mal in der Musikgeschichte, in der ein Dirigent Beatboxer dirigiert wird. An sich der Fakt ist, dass man versucht, zwei Welten zusammenzubringen und zu mischen. Das ist das Schwierige an der Aufgabe. Im Moment sieht das Projekt so aus wie in meinem Kopf. Immer. Nämlich chaotisch. Meine Tochter, nimm ihn. Aber ich habe ja nicht den Text als Refrain. Wieso nicht? Anfragen für ein neues Stück ist je nachdem, ein oder zwei Jahre vorher noch mehr. Willst du jedes Mal so bezahlen, als hätte es schon zwei Jahre gegeben? Spielt es dir auch, ob du etwas völlig neu anfangen musst oder ob du es schon kannst? Wenn du es schon kannst, bist du besser. Wenn du das zuhörst, behauptet, dass Rap und Oper fast näher zusammen sind als Pop und Oper in einem gewissen Sinn. Denn im Rap ist eigentlich die Handlung und der Text auch noch relativ wichtig. Aber Texte der Opernare sind oftmals nicht so. Darum schreibe ich jetzt noch neue Texte an. Genau. Du liebst die Oper? Wir auch.